Bäume kommen alle weg. Der hat er auch noch. Und dann würde ich mal die Plantage hier angucken wollen. So könnte man eine hinsetzen. Und da hätten wir auch nochmal... Ich glaube, die ist von beiden Seiten einfach nicht so optimal. Aber gut, hier bauen wir jetzt erstmal eine Baumwollplantage hin. Wie war das? Wie wollte ich die hinsetzen? Da. Die sitzen alle irgendwie ganz doof im Weg. Okay. Das heißt, ich mach hier erstmal wieder alles weg. Du kannst... Weg. Und du. Dann schnapp ich dich nochmal. Stoffe sind mangelbar. Ja, ich arbeite dran. Es fehlt am Tabakwaren. Immer noch. So. So. So Dann frage ich mich mal hier Warum ich immer noch zu wenig Tabak warm habe Hier sind 4 Tonnen, da sind 6 Tonnen Ich könnte die Straßen ausbauen, das wäre eigentlich gar nicht so blöd Eine Tonne Alkohol, eine Tonne Tabak warm Was kommt da? Das ist irgendein Schiff Was kommt da? Das ist auch irgendein Schiff Einkaufskosten Bringt einfach nichts Der Alkohol geht zur Neige Schiff ist unterwegs So Was ich hier natürlich noch machen kann Ist hier Ja, wenn ich da Zeug hätte Genau Könnte ich da Schafsplantagen hinbauen Was ich vielleicht auch sinnvollerweise mache Ich rode hier mal wieder Tabakwaren gehen zur Neige Sage mal, wie viel raucht die eigentlich Der Konkurrent erweitert seine Flotte Ja, das ist ja genau dieses Geile Zeug, was ich unbedingt haben will Ich dachte, ich hätte ein schnelles Schiff Okay Also Was ist mit deiner Route? Nix Was ist mit deiner Route? Zack Zack Tabak So Und los geht's So, dann können die sich wenigstens mal abwechseln Vielleicht klappt's dann ein bisschen besser Vielleicht rauchen die dann nicht immer gleich alles auf einmal weg Gut Und dann hier unten Bauen wir eine Baumwollplantage hin Dass es einfällt Das sind Es fehlt am Tabakwaren Das weiß ich So Der Alkohol geht zur Neige Es fehlt an Stoffen Du brauchst es mir nicht andauern und erzählen Das hab ich schon verstanden So Du kannst auch mal weg Mich würde halt mal echt interessieren Der lässt sich halt relativ viel Zeit Aber trotzdem verstehe ich's nicht Tabakwaren gehen zur Neige Ja, das ist grad grenzwertig Und ich hab gedacht, dass wir einfach aufeinander abgestimmt gewesen So Können die noch ein bisschen teurer machen Machen wir mal 28 Einfach damit wir auch noch ein bisschen Geld reinkriegen Weil wir ja jetzt Gar nicht wenig Zeug haben Wofür wir grad Sachen ausgeben Also Das wäre so Das wäre Einfeld Und hier wird's ja exakt passen Genau So Dann kann ich Oh, das ist aber grad nochmal gut gegangen Oder sagen wir mal so Oh, dann würde ich hier sagen Du Perfekt Oh, dann Könnten wir Ja, genau Könnten wir da oben noch einen dritten Webstuhl hinsetzen Eine dritte Weberei Eine dritte Weberei So wär das Allerdings haben wir keine Steine mehr Das heißt, du darfst jetzt erstmal wieder nach Hause fahren Steine holen Steine holen So Und hier könnte man theoretisch Schaffarm hinbauen Eins, zwei, drei, vier Und dann könnte man das hier nämlich mit der da kombinieren Tabakwaren gehen zur Neige Ach ja So Und da haben wir Alkohol ein bisschen Nimm mal ein bisschen Dann Stoffe ein bisschen Nimm mal ein bisschen So Aber so viele mehr Bürger will ich gar nicht haben Das macht ja, wie gesagt Das macht immer nur Ärger Ich will eigentlich stabile Verhältnisse Es fehlt an Stoffen Ich will eigentlich stabile Verhältnisse Damit ich endlich mal einen Krieg führen kann Ohne die stabilen Verhältnisse ist der Krieg nämlich für die Tonne So So Hier 50 50 Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige Okay Das ist immer so dieser Panik-Moment Vielleicht soll ich die Leute einfach wirklich mal abreißen Ja Sie bringen halt auch Geld Wie ist denn das denn da mit der Bilanz Was bringen die 225 Ui So wenig ist das gar nicht Mal abgesehen davon, dass So Das heißt Ich düse mit dir Nach da Wollte ich da noch irgendwas Ah ja Ich wollte eine Weberei bauen Hahaha Ich düse doch nicht mit dir nach da Ich düse mit dir Nachbar Euer Bergwerkstollen ist eingestürzt Die Erzader ist verloren Piraten greifen euer Schiff an Okay Alter Probleme über Probleme Piraten greifen euch an So Aufwag bitte Ihr werdet von Piraten angegriffen Wo denn jetzt schon wieder So Hier Weiße Flagge bitte W Boah Sind das gerade Arschlöcher Oder was Okay Also gerade ist es echt Jetzt ein bisschen Also nicht, dass wir das nicht irgendwie hinkriegen Aber So wir machen mal den da Gesichert Auch wenn es gerade noch kein Krieg ist Aber ich fühle mich gerade so ein bisschen Äh Die Erzader ist verloren Wir haben nicht genug Stoffe Die Leute werden uns aggro Äh Ich hatte doch Was fehlt? Steine fehlen Okay So Also nicht umsonst gewesen, dass ich hier hergefahren bin Bam 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Wunderbar Genau so sollte es Es fehlt an Tabakwaren Ja ich weiß es So und dann fährst du mal da hoch Apropos Du bleibst mal da Kann ich hier nämlich noch sagen Jo Machen wir mal ein paar Steinchen So einmal so Und einmal so Es fehlt an Stoffen Das weiß ich alles So dann gehst du mal da hin Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut Mein Konkurrent kann mir mal den Buckel runterrutschen Ich hab gerade eine super Laune Ach ja So ich muss eigentlich mal meine Schiffe durchgehen Mobi ist okay Monroon ist okay Blackstar Muss repariert werden Okay kann gerade nicht repariert werden Muss aber So Heureka ist unterwegs Monique Muss auch dringend ersetzt werden So dann werden das ja hier mal Bitte Ein Schiff wurde repariert Ausladen Oh das ist super danke Dann kannst du mal hier hin bitte Dann kannst du mal Dich reparieren Du kannst wieder auf deine Route gehen Wenn du eine hast So die Sache mit den Stoffen Die ist natürlich immer noch Grütze Okay Tabak und Ding normalisieren sich langsam Ganz langsam Okay Hier unten wollte ich jetzt trotzdem endlich mal Zu dir sagen Passt Dann würde ich mal hier sagen Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige Die Erzmine Bitte Und dann Schafarm Okay Holz brauchen wir dafür Holz haben wir zum Glück So Eine Drei Dann kannst du mal ein bisschen schufen Wo ist die Pirateninsel? So Ich versuch mal an dieser Pirateninsel vorbeizukommen Ohne dass Ich gleich umgebracht werde Deswegen heißt Ich behalte das Schiff im Auge Geh mal da lang Genau Fahr mal da hin bitte Ich sagte dir Du sollst da hinfahren Ich sagte dir Du sollst da hinfahren Es hat einen Grund Warum ich das sage Ich habe das nicht Ich habe es gedrückt Ich habe es gedrückt Ich habe es gedrückt Dann kannst du jetzt hoffentlich ganz unkompliziert nach da oben fahren. Es fehlt an Stoffen, ich weiß es, es wird dadurch nicht behoben, dass du es immer wieder wiederholst. So, und mein Werkzeug geht auch langsam zur Neige. Natürlich, ich habe ja auch kein Erz mehr. Okay, kannst du mal da runter. Kannst du mal da runter. Wir speichern nochmal. Und dann...